Ihr denkt, dass Lamm ein Schmaus ist, aber ich sehe das ein bisschen anders. Für mich ist das kein Schmaus. Ausländer raus! Der dritte Weg und die Neonazi-Szene. Arte Reportage, militant und rechtsextrem. Thema, wo ich mich sehr gut auskenne. Der dritte Weg ist ein stetiger Begleiter. Ich habe in Berlin schon Plakate runtergerissen. Ich habe Leute schon Idioten genannt. Der dritte Weg ist für die Leute, die das jetzt vielleicht nicht wissen, eine Partei, die, glaube ich, relativ zeitgleich gegründet worden ist mit der AfD. Die AfD war ja so ein bisschen die Alternative für Leute, die nicht wirklich NPD wählen wollen, aber sich auch nicht mehr mit CDU identifizieren können oder sich mit keiner anderen Partei identifizieren kann. Das war AfD ursprünglich eine Anti-Europa-Partei. Witzig, das jetzt zu betonen. Aber früher war die Direktive der AfD, den Euro abzuschaffen und die D-Mark wieder einzuführen. Ich weiß jetzt, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob, ob das, ob ihr, also ob viele das glauben, aber es ist die Wahrheit. Also die Anti-EU-Fraktion innerhalb der AfD war wild. Der dritte Weg. Und die Neonazi-Szene. Sie skandieren, deutscher Sozialismus, tragen Uniformen, eröffnen bundesweit Stützpunkte. Rechtsextremisten des dritten Weges. Wenn ich sage, ich bin stolz, deutsch zu sein, heißt,lein, ihr seid ja Nazis. Naja, aber ich bin doch gar kein Nazi. Ich verstehe überhaupt nicht, warum ihr, also jedes Mal, wenn wir irgendeine Reportage sehen, von mehr oder minder demokratischen Leuten, dann hat die, hat die schon einen strammen ostdeutschen Akzent, die Person, die darüber berichtet. Also das kann man jetzt schon nicht abstreiten, ne? Man kann schon nicht abstreiten, dass die allermeisten, die dort, die dort aktiv sind, schon eher so einen strammen ostdeutschen Akzent haben, ne? Und da muss ich sagen, ich bin betennernder Nazi. Ihr Profil? Sozial. Volksküche für die Armen. Ihre Ideologie? Brandgefährlich. Hat die NPD schon, hat die NPD schon damals versucht? Also eines der ideologischen Säulen des Nationalsozialismus ist ja die Volksgemeinschaft. Das haben die, das haben die, die, die Altnazi schon gemacht. Also die NSDAP hat sehr, sehr viel in einer Zeit von wirtschaftlicher Schwäche auf Gemeinwohl gegeben. Während, während die KPD, also die kommunistische Partei und die Kommunisten selbst eher auf Aufbau gesetzt haben und dann auch im öffentlichen Bild sehr negativ und gewalttätig dargestellt worden sind in den 20er Jahren, war die NSDAP eine in München zumindest sehr volksnahe und greifbare Partei. Bei sehr vielen Reden von Adolf Hitler in Münchner Bierkellern wurde kostenlos Suppe verteilt. Man hat diese politischen Kundgebungen veranstaltet und hat den Leuten kostenlos Getränke und Nahrungsmittel zur Verfügung gestellt und somit ein sehr volksgemeinschaftliches Bild geschaffen. Das sind, das sind Nazi-Methoden. Sich, sich irgendwo im Wald zu treffen mit einer Gulaschkanone und dann, und dann Suppe zu verteilen, das sind straight-up-Nazi-Methoden. Diese Volksgemeinschaft, dieses sehr völkische, dieses Gefühl des Zusammenhaltes ist etwas, das viele Menschen bewegt, in diese Kreise abzurutschen. Das ist der nationale Sozialismus. Das ist jene Kraft, die die Gemeinschaft des Volkes als höchstes Gut ansieht und deren Wohl als schützenswert. Ihr merkt das hier schon alleine in der Art und Weise der Rhetorik, dass es Nazi-Sprecht. Nationalismus ist etwas, das schon sehr, sehr verpönt ist. Nationaler Sozialismus ist etwas, das nicht verboten ist. Also Nationalsozialismus ist straight-up verboten und verfassungsfeindlich. Also du darfst Nationalsozialismus nicht mehr als Parteiprogramm verurteilen. Aber das, was die machen, ist nationaler Sozialismus. Nicht Nationalsozialismus, sondern nationaler Sozialismus. Das ist etwas ganz anderes. Die einzige Partei, die so ein bisschen in die Richtung gegangen ist, war die Schill-Partei damals in Hamburg. Wer kennt denn noch die Schill-Partei aus Hamburg? Oder die Republikaner? Oder die DVU? Die sind auch immer so ein bisschen in diesen sozialen Nationalismus reingegangen. Der dritte Weg geht halt noch einen Schritt weiter. Für den letzten Trottel, der noch nicht versteht, dass das Nazis sein sollen, die nennen es dann nicht Nationalsozialismus, sondern nationaler Sozialismus. Also es ist wirklich sehr, 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 sehr schlimm. Der dritte Weg. Innenansichten einer verfassungsfeindlichen Bewegung. Ich denke, das System, was wir jetzt momentan vorfinden, ist nicht reformierbar. Es muss komplett neu geordnet werden. Neu geordnet werden muss auch auf jeden Fall seine Rhetorik. Mit diesem Lispler wird man kein Führer. Das ist so schon mal gesagt. Wer sind die Macher des dritten Weges? Was sind ihre Ziele? Das ist ein Stück deutsche Erde. Und wir als Nationalisten sehen da drin keinen Grund, hier nur einen Millimeter aufzugeben. Richtig. Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Wir wollen mehr deutsches Land zurück. Polen zum Beispiel, da hinten in die Ecke. Wäre sinnvoll. Übrigens ebenfalls ein ideologisches Fundament vom klassischen Nationalsozialismus. Lebensraumausbreitung. Das müsst ihr euch vorstellen, dass die Partei NSDAP damals schon im Programm hatte, so niedergeschrieben, den Lebensraum zu erweitern. Da stand im Parteiprogramm drin, dass neuer Boden geschaffen werden soll. Vielleicht haben die ja gedacht, dass die irgendwo in Bremen anbauen. Oder bei der Ostsee einfach ein bisschen so ein paar Platten da hinlegen. Tatsächlich wollten sie den Lebensraum dann in Richtung Osten erweitern. Aber ein bisschen anders. Plauen im sächsischen Vogtlandkreis. Hier hat die neonazistische Partei der dritte Weg einen Stützpunkt. Laut Verfassungsschutz... Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber ich finde, neonazistisch ist eine Bezeichnung, die die Welt nicht braucht. Und neonazistisch hört sich so unglaublich bescheuert an. Rechtspopulistisch, rechtsextrem. Das sind alles Begriffe, die man verwenden kann, wenn man von der AfD spricht. Der dritte Weg spricht historisch von einem völkischen Nationalismus. Und mittlerweile eben von einem nationalen Sozialismus. Von dem, was sie da abgeben, sind das. Einfach Nationalsozialisten. Fucking Nazis. Ich weiß, dass man damals bei der Entnazifizierung den Begriff neue Nazis verwendet hat. Dass man eben von Altnazis und Neonazis spricht. Also Menschen, die bereits unter dem Nationalsozialismus Nationalsozialisten gewesen sind. Das sind Altnazis und Neonazis. Also Menschen, die ideologisch mit dem übereinstimmen, was damals bis 1945 gepredigt worden ist, aber da direkt nichts mit zu tun haben. Ich persönlich bin, was diese Einteilung geht, da ein bisschen Forscher. Für mich sind Leute wie der Volkslehrer oder die Wichser vom dritten Weg einfach knallharte Nationalsozialisten. Das sind fucking Nazis. Nicht mehr und nicht weniger. Es ist mir scheißegal, ob das irgendwelche Leute Neonazis nennen wollen oder so. Aber Neonazis sind halt irgendwelche 16-jährigen Kinder, die in Hütten Bier trinken und Lanza hören. Das sind Politiker oder möchte gern Politiker. Und in meinen Augen straight up Nationalsozialisten, die verboten gehören. Punkt. Ganz einfach. Eine militante und aufstrebende Organisation. Der stellvertretende Bundesvorsitzende Matthias Fischer ist ein organisationserfahrener Rechtsextremist. Mehrmals vorbestraft. Er kandidierte schon für die NPD zu den Bundestagswahlen. Gehörte zu den Organisatoren inzwischen verbotener Neonazi-Strukturen wie dem Freien Netz Süd. Das Freien Netz Süd war der vorreitend. Der soll auch große Verbindungen zu Combat 18 gehabt haben. Einer der Mitbegründer von Blood & Honor. Oder im Süden, wenn ihr die Bagida-Demonstrationen kennt, ist der auch vorne mit dabei. Der dritte Weg ist ja sowieso eine Partei, die im Osten Deutschland sehr, sehr viel Zuspruch bekommt. Und im Süden, das darf man auch nicht vergessen. Da sind die auch ziemlich aktiv und sehr, sehr, sehr vorreitend. Also in meinen Augen und in den Augen vom Verfassungsschutz und von sehr, sehr vielen anderen Menschen, also allen Menschen quasi, die sich damit beschäftigen, sind das einfach ekelhafte Nazi-Verbrecher. Das sind einfach ekelhafte Nazi-Verbrecher. Mehr nicht. Sie gehören weggesperrt. Das Revolutionäre ist bei uns halt, dass wir sagen, wir wollen eine grundsätzliche, ganzheitliche Veränderung des Systems. Und also wir wollen nicht kosmetisch eingreifen hier, sondern wir sehen, dass eigentlich das Grundübel das Wirtschaftssystem schon ist. Der Kapitalismus, den bekämpfen wir. Den setzen wir halt unsere Alternative von dem deutschen Sozialismus entgegen. Und das, was wir im Großen täglich auf der Straße einfordern. Da würde ich jetzt an dieser Stelle schon unterbrechen und fragen, was ist denn ein deutscher Sozialismus? So, Deutschland ist laut Definition des Begriffs Sozialismus eines der sozialistischsten Länder in scheiß Europa. Was ist denn ein deutscher Sozialismus? Kannst du mir mal, kannst du mir erklären, was ein deutscher Sozialismus ist? Wenn du die das fragst, wisst ihr, was du als Antwort bekommst? Naja, also ich finde ja schon, dass das sozialistische System in Deutschland schon sehr gut ist, aber es sollte eigentlich nur für Deutsche sein. So, wenn ihr mich fragt. Das ist, das ist, das ist so deren Definition von deutschem Sozialismus. So, Kapitalismus ist ja schön, aber ich finde nicht gut, dass jeder was machen darf. Es sollte eigentlich immer nur der Deutsche was machen dürfen und auch was kriegen dürfen, wenn du deutsch bist. Und dann fragst du dich, was ist denn ein Deutscher? So, was ist denn, ist Deutsch der, der einen deutschen Pass hat oder wie bestimmen wir das? Und dann hast du Leute, die unter vorgehaltener Hand so eine Scheiße erzählen wie, naja, da müsste man halt mal gucken, wie das dann auch im Stammband aufgesehen hat und wie viele Generationen da schon in Deutschland leben. Das, was wir aber schon im Kleinen versuchen zu leben und das ist eben die Gemeinschaft unter uns Deutschen. Und Deutsch sein ist beim dritten Weg keine Frage des Personalausweises, wie es das Gesetz vorsieht. Kann Wirtschaft eigentlich überhaupt links oder rechts sein? Naja, das Sozialsystem kann links oder rechts sein, da würde ich schon zustimmen. Bei Wirtschaftssystemen ist es so, dass man diese Einteilung auch macht oder diese Zuteilung. Neoliberale oder wirtschaftsliberale politische Gesinnungen werden ja auch eher der rechten Seite zugeordnet. Aber ich persönlich bin da kein riesiger Fan von diesen Zuordnungen, weil sie nichts bringen. Was bringt dir denn die Information, selbst wenn es so wäre, sehr, sehr viel Hypothese im Satz, wie ihr gehört habt. Was würde es denn für eine Folge für dich haben, wenn das Wirtschaftssystem links ist? Wirtschaft ist rechts oder links, die Politik progressiv oder konservativ. Sondern ein Privileg der Abstammung. Es geht um deutsches Blut und deutsche Sitten. Deutsch ist für mich auf jeden Fall noch ein Abstammungsprinzip, der, der deutsche Eltern hat. Das ist für uns als Partei eine ganz klare Sache. Na, das ist eine ganz klare Sache. Bis auf die Sache, was ist denn überhaupt ein deutsches Elternteil? Ist das ein deutscher Pass? Hat das irgendwas mit einer Ethnie zu tun? Was ist denn überhaupt eine deutsche Ethnie? Geht man da zurück zum Germanen und stellt man dann fest, dass Germanisch eigentlich keine wirkliche Ethnie war, sondern eine Sprache? Was ist, wie ist da die Zuteilung? Ist jemand, der in Norwegen geboren ist und dann einen deutschen Pass bekommt, per se deutsch oder nicht? Ist jemand, der in Dänemark geboren worden ist oder in Schweden auch deutsch? Man weiß es nicht. Und man geht bei Euthanasie oder bei Eugenik, bei diesen ganzen perfiden rassentechnischen Zuordnungen, kommt man immer an eine Grenze. Und diese Grenze ist der normale wissenschaftliche Menschenverstand, weil man diese Zuordnung nicht machen kann. Wenn ihr euch die Nürnberger Rassengesetze mal anschaut, dann werdet ihr feststellen, dass dort Zuordnungen gemacht worden sind, die absolut nicht greifbar sind. Die sind kompletter Mumpitz, Bruder. Man hat versucht, da irgendwelche jüdischen Merkmale zu malen und zu zeichnen und zu definieren und hat dann festgestellt, dass das gar nicht allgemein gültig sein kann. Weil es eben eine krumme Nase überall gibt, Bruder. So die Nase per se ist nichts, das man einer Ethnie zuordnen kann und deswegen wurde es gemacht. Und ich denke einfach, dass das eine Schicksalsgemeinschaft ist, die über das Territorium, was uns halt schon seit mehreren tausend Jahren zur Verfügung steht, natürlich wechselhaft. Aber ist das halt eben ein Schlag von Menschen, der sich dort entwickelt hat, aus einem Genpool heraus, wie das natürlich mit anderen Völkern ebenfalls so ist. Und den gilt es in unseren Augen natürlich zu erhalten. Die Gruppe Matthias Fischers weiß, wie schwer die völkische Ideologie angesichts der Geschichte der nationalsozialistischen Diktatur zu vermitteln ist. Aus diesem Grunde setzt Fischers Organisation auf eine durchdachte Strategie, präsentiert ein regelrechtes Sozialprogramm für Anwohner. Also ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als eine deutsche elitäre Mutter, die mit ihrem kleinen Kind schwer übergewichtig mit einem Jack-Daniels-Tisch an so einem dritten Weg-Tisch sitzt und kostenlose Suppe schlürft. Das ist richtig, das ist die Zukunft Deutschlands, Bruder. ... Strategie präsentiert ein regelrechtes Sozialprogramm für Anwohner. Hier in Plauen organisieren die neuen Nationalsozialisten unter anderem jeden Freitag ein Frauenfrühstück. Das ist übrigens das sehr, sehr Gefährliche am völkischen Denken. Immer wenn du sozial schwache Gegenden angreifst und denen einfache Erklärungen für ihre soziale Situation gibst, dann sind sie sehr greifbar für wilde Theorien. Was meine ich damit? Wenn du selber nicht viel Geld hast und überlegen musst, wie du deinen nächsten Einkauf gestemmt bekommst und dann hast du jemanden, der dir einen kostenlosen Einkauf zur Verfügung stellt und sagt, naja, du kannst selber nicht einkaufen, weil der Jude dir die Jobs wegnimmt und das komplette wirtschaftliche System kaputt macht, der Kapitalismus ist scheiße, der kleine Mann kriegt nichts und der kleine Mann ist der Deutsche, dann bist du sehr empfänglich für diese Erklärung, weil es eine einfache ist, die du relativ easy verstehen kannst und den du dann hinterherrennen kannst. Es ist dennoch lost, wenn man sich dann wirklich damit beschäftigen sollte. Und das wird von der Bevölkerung angenommen. Schülerinnen, Mütter, aber auch Rentnerinnen nutzen den gemeinsamen Plausch. Allgegenwärtig die Parteipropaganda. Doch warum besuchen Bürgerinnen die Angebote des dritten Weges? Gehen Sie mal irgendwo Frühstück essen, in der Betel, da bezahlen Sie mal 10 Euro. Und selbst in diesen Frühstückstuben, also das kann sich eigentlich in Normalo nicht mehr leisten. Was ich gut finde, ist dieses Gemeinschaft, wie hier Frühstück und so was nicht alles, das ist das. Ich meine, ich bin alleine und das ist das, was mir gut tut, dass ich mal herkomme und unterhalten oder mal irgendwie. Und das gefällt mir. Das heißt nicht... Oh wei, oh wei, oh wei. Das ist aber schon dumm. Eine Erklärung, die einen komplett aus der Verantwortung nimmt. Das ist richtig, da geht es ja immer so. Die Verantwortung nicht bei einem selbst suchen, sondern woanders hingehen. Nicht, dass ich nur nehme, nein, nein. Aber diese Geselligkeit und das ist, wenn man wirklich alleine ist, das tut gut. Stützpunkte sind im Grunde genommen die Herzkammern unserer Partei, weil die zum Aufbau der Basis eben vorhanden sind und strukturiert sind. Hier treffen sich die Mitglieder, hier tauscht man sich mit Interessenten aus und hier findet auch im Großen und Ganzen neben der politischen Arbeit auch die Gemeinschaftsarbeit statt. Hier tut man sich kennenlernen, hier bespricht man Alltagssorgen und lässt die dann aber auch einfließen in die politische Arbeit. Kaffee und Kuchen zum Nulltarif. Es sind besonders alleinstehende, ältere Damen, die sich über den gedeckten Tisch freuen, die hier politisch diskutieren. Und das, was so gesprochen wird, dürfte Fischer und den Organisatoren vor Ort recht gut gefallen. Dass mir auch jeder dieselbe Gesinnung hat, darum geht es ja hauptsächlich, dass man sich hier nicht gegenseitig zerfleischt, weil man halt unterschiedliche Meinungen hat. Dass man hier das sagen kann, was man denkt. Ich fühle mich hier gut aufgehoben, habe aber mit meiner Familie knatscht, weil du bist Nazi und was nicht alles. Dann habe ich gesagt, lieber Nazi, er ist wie gar nichts. Wenn ich sage, ich bin stolz, Deutsch zu sein, Hauslein, ihr seid ja Nazis. Und da muss ich sagen, ich bin bekennender Nazi. Ich bin nett, ich bin anständig, ich bin zivilisiert. Das sind auch die drei Kerneigenschaften eines jeden klassischen Nationalsozialisten. Nett und zivilisiert sind eigentlich so die beiden Fundamente. Ich bin intelligent interessiert, wer mit intelligent nicht sagt. N-O-Z-E. Ich bin stolz und Nazi 2020. Hier im Stützpunkt können sie so etwas laut formulieren. Richtig. Für Rechtsextremisten wertvolle... Das macht ja immer Sinn, wenn ihr mich fragt. ...kleine Etappensiege auf dem angestrebten Weg in die Gesellschaft. Ihr Ziel, eine identitäre Gegenwelt etablieren. Orte schaffen, an denen völkische Kultur zum Alltag wird. Und das von klein auf. Man sieht es ja, die Eltern, die genauestens nur noch arbeiten, die können gar nichts mehr weitervermitteln. Die Kinder sind im 24-Stunden-Hort, Kindergarten, keine Ahnung. Tag-Nacht-Betreuung, Tagesmütter werden gesucht. Warum? Weil die Frau mit einem Jahr schon wieder blockern muss, am besten im Drei-Schicht-System. Und was willst du dafür Werte vermitteln? Was soll denn da für eine Tradition leben, wenn die Mama am Weihnachten arbeiten geht? Statt mit der Familie mal da zu sitzen, zu singen, was ganz Schlichtes, oder mal ein Buch abends vorlesen. Wie denn? Die Mama schläft ja selber nach drei Sätzen ein. Mama versteht auch drei Sätze in den meisten Fällen nicht, wenn sie dann alternativ zu solchen Veranstaltungen vom dritten Weg geht, ne? Neben dem Frauenfrühstück setzt der dritte Weg auch auf eine Kleiderkammer. Viele aus der Region spenden hier gleich säckeweise. Sozialschwache Familien bekommen Kleidung und Spielzeug. Wieder alles gratis. Ein Angebot selbstverständlich wie alles im Stützpunkt, nur für Deutsche. Die Rechtsextremisten arbeiten an ihrem Image als sozialer Faktor in der Region. Ist Familie. Ja. Man kann sich austauschen. Ja, wenn man Probleme mit... Du Lindenberg hat es echt hart erwischt, Bruder. Wenn der jetzt Kleider verteilt beim dritten Weg, Bruder. Wenn die Kinder hat oder irgendwelche Sorgen oder irgendwas, da kann man sich halt zu den anderen, älteren Menschen mitwenden und kann halt auch mitfragen. Oder wenn man zum Beispiel mal kein Babys da hat oder irgendwas und mal ganz schnell weg muss, da kann man auch mal sagen, kannst du mal kurz aufpassen. Dummenfänger? Ne, nicht wirklich Dummenfänger. Du musst es mal von einer anderen Perspektive sehen. So die Menschen, die darauf angewiesen sind, kostenlose Kleidung zu bekommen, die sind darauf angewiesen, weil ein Problem vorliegt. Und dieses Problem wird weitgehend politisch ignoriert, weil es dafür keine einfache Lösung gibt. Regional kann man allerdings dafür sehr einfache Lösungen sorgen, indem man eben solche Kleiderkammern ansetzt. Und dann gehst du da hin, holst dir deine kostenlosen Klamotten ab, findest das ziemlich cool und realisierst, Na ja, wenn man das nur für Deutsche, wenn nur Deutsche sich die Klamotten abhüllen, dann sind auch genug da. So und dann führt eins zum anderen und du bist dann verstrickt in einer Ideologie, mit der du eigentlich gar nichts anfangen kannst. Ist die Entstehung des Nationalsozialismus in Deutschland in den 20er Jahren oder die Etablierung, nicht die Entstehung, die Etablierung des Nationalsozialismus in den 20er Jahren ist nicht anders gelaufen. Also da ging es auch nur um diesen völkischen, gemeinschaftlichen Identitätsgedanken. Na, den vertraut man ja die Kinder an. Toni Gentsch freut sich über dieses Vertrauen. Der Sektionsleiter des Dritten Weges in Plauen gibt Nachhilfe für Kinder. Früher war Gentsch in der rechten Skinhead-Bewegung aktiv, galt als einer der Köpfe der sogenannten freien nationalsozialistischen Strukturen. Heute setzt er auf rechte Graswurzelarbeit, hilft Schülern im Unterrichtsfach Deutsch. Wir bieten kostenlose Schülerhilfe an. Das heißt quasi, wir tun den Kindern Hausaufgaben helfen oder eben bei ihm ist es so, dass er eben in Deutsch ein bisschen Probleme hat. Also braucht er ein bisschen Nachhilfe. Und das machen wir ja kostenlos. Tun wir das anbieten? Wir tun das anbieten. Wir tun Nachhilfe in Deutsch anbieten. Ja, das klingt für mich absolut, wir haben einen guten Plan. Die des Dritten Weges ist nicht neu. Wie einst die NSDAP setzt sie auf soziale Angebote. Für ausgesuchte Teile der Bevölkerung. In strukturschwachen Regionen wie dem Vogtland haben es Rechtsextremisten wie Toni Gentsch geschafft, ihre Partei als soziale Kraft bekannt zu machen. Das ist wirklich traurig, dass es so viele Menschen gibt, die auf solche Angebote angewiesen sind. Das ist ja das Problem, dass das zum Grunde liegen muss, damit sowas überhaupt erfolgreich sein kann. Die Sache hilft ja sonst keiner, ist so auch nicht richtig. Es gibt genug gemeinnützige Institutionen, die das auch abseits von nationalsozialistischen Gedanken tun. Aber die sind sehr proaktiv. Also ähnlich wie die NSDAP oder die NPD oder die Republikaner, die DVU oder die Schill-Partei oder wie sie alle heißen, sind die sehr proaktiv und bieten Direkthilfe an. Die klingeln und sagen, brauchst du Hilfe. Wohingegen soziale Angebote in der Bundesrepublik eher auf einem gewissen Eigenengagement beruhen. Du musst dich selbst engagieren, dass du die Hilfe bekommst. Und hier wird dir die Nazi-Kartoffelsuppe quasi direkt vor die Haustür gebracht. Nichts gut. Alles gut. Nee, so kostet es gut. Kostet es gut. Ja, ja, an der Tür, die sollen los aussehen. Warte mal drüben. Nein, komm, komm, komm. Dann erst das, komm. Schau, wo schmeckt's? Schmeckt's? Gemeinschaft schreiben wir ganz groß. Wir haben ja drei Wege, quasi einmal den politischen Kampf, einmal den kulturellen Kampf und eben auch den Kampf um die Gemeinschaft. Und das ist natürlich auch ein Beitrag, klar. Die Leute kommen hier zusammen. Das ist diese, diese, das ist, da ist so viel Dummheit in einem Satz, das kann man sich eigentlich gar nicht schönreden. So, da muss man einfach mal nachfragen. So einem Vollidioten muss man einfach nur mal Gegenfragen stellen. Wir haben eigentlich so drei Wege, wir haben Kampf gegen Kultur, Kampf gegen Gesellschaft, Kampf gegen Ausländer und auch Kampf gegen Jüden und auch Kampf gegen Ausländer auch und auch Kampf gegen Migranten und wir haben auch Kampf gegen Frisuren und wir haben auch Kampf gegen deutsche Sprache und wir haben auch Kampf gegen, ja, so toll, super. Das ist so eine Flachpfeife. Und da muss man ja wirklich, also jetzt mal, jetzt mal real talk. Die Sache ist, die Sache ist, einem Christian Lindner könntest du in einem, in einem Gespräch rhetorisch nur sehr, sehr schwer seine Grenzen aufzeigen. So, die sind, das ist geschultes Personal, das sind, das sind brillante Rhetoriker, die allermeisten. Egal, egal wie inhaltlich bescheuert sie sind, du kannst dich mit denen eigentlich rhetorisch nicht anlegen. So, Höcke gehört da auch dazu. In einem Gespräch mit Höcke zu sein, ist, 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 ist potenziell sehr, sehr gefährlich, weil du einfach nicht so geschult bist, wie er es ist. Beim dritten Weg ist das ein bisschen anders. Das sind kerndumme Vollidioten. Die sind im Kern dumm. Das sind bildungsfremde, wirklich, wirklich dumme Menschen. Die lernen sich hier kennen durch die Kleiderkammer, durch das Frauenfrühstück oder eben durch solche Angebote, tauschen sich aus, unterstützen sich gegenseitig und wir freuen uns darüber, dass wir so ein Angebot schaffen konnten mit den Räumlichkeiten hier. Und ja, ganz klar, Gemeinschaft steht bei uns mit an erster Stelle, ja. In Düsseldorf ist der Sitz des Innenministeriums Nordrhein-Westfalen. Hier beobachtet der Inlandsgeheimdienst die Partei der Dritte Weg. Die Einordnung durch den Leiter des Verfassungsschutzes, Burkhard Freyer, ist eindeutig. Die Partei der Dritte Weg ist deswegen aus unserer Sicht rechtsextremistisch und zwar sehr fest ideologisch rechtsextremistisch, weil sie eine Ideologie hat wie die NSDAP, ein völkisches Gedankengut mit dem Ausgrenzen von Minderheiten oder Andersdenkenden. In ihrem Verhalten ist sie angelehnt an die NSDAP durch Fackelmärsche, durch uniformähnliches Auftreten, aber auch durch Aktionen wie Wanderungen oder kulturelle Angebote, die ein Ziel haben, nämlich die eigene Gemeinschaft zu binden, andere auszugrenzen. Was meine ich mit, es ist ein sehr, sehr einfacher Weg oder es ist eine Antwort, die dich selber aus der Verantwortung nimmt. Wenn du beispielsweise, ich habe vorgestern ein Video vorgeschlagen von einem YouTuber, der nicht wirklich sehr reichweitenstark ist, der ein Video verfasst hat, dass er jetzt bald obdachlos wird. Und an der Situation ist eigentlich nicht viel Schönes. Aber es gibt Lösungen dafür. Du kannst Dinge tun, wenn du merkst, dass du in die Obdachlosigkeit fällst. Du musst dich nur darum kümmern. Du musst nur den Schritt selber machen. Du musst proaktiv sein. Und das ist kein einfacher Weg. So deutlich einfacher ist es, eine Problemlösung präsentiert zu bekommen, die darauf beruht, andere Kacke zu finden. Die Antworten, die der dritte Weg gibt, sind sehr viel einfacher. So, du kannst dich da drei, vier Stunden hinsetzen, kannst die ganze Zeit blind links rumhetzen und fühlst dich dann in dem Moment ein bisschen besser. Langfristig realisierst du allerdings zwangsläufig, dass dieses dumme Rumgehetze in deinem Leben keine Verbesserung bringen kann. Kann es nicht. Es geht nicht. Bisher waren sie vor allem in Ostdeutschland aktiv. Julian Bender will, dass die Partei auch im Westen Fuß fasst. Siegen im Dreiländereck, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz. Eine Kreisstadt mit einem hohen Migrationsanteil. Hier möchte Julian Bender seine Partei stärker machen. Der 28-jährige Angestellte ist beim dritten Weg der sogenannte Gebietsleiter West. Der 5. Juli ist für ihn ein ganz besonderer Tag. Spitzen der Partei wie Matthias Fischer sind gekommen. Sie stehen vor dem ersten Stützpunkt in den alten Bundesländern. Wir werden heute unser Partei- und Bürgerbüro hier in Siegen eröffnen. Wir befinden uns hier in Nordrhein-Westfalen, im südlichsten Teil davon. Und es ist für uns als Partei natürlich ein enormer Fortschritt, jetzt auch in Westdeutschland, was ja eher als schwieriges Arbeitsgebiet für radikale nationale Politik gilt, eben einen festen Anlaufpunkt. Hat er gerade radikal-rational gesagt? Hat er gerade gesagt radikal-rational? Hat er das gerade radikal-rational genannt? Ich muss das nochmal hören. Bieten für uns Gebiet für radikale nationale Politik. Nationale. Der hat nur einen extremen Sprachfehler. Mir ist das abhandengekommen. Ich habe schon wirklich fast gedacht, dass er gesagt hätte radikal-rational. Gilt eben einen festen Anlaufpunkt zu bieten für unsere Mitglieder, für jegliche nationalen Kräfte und natürlich auch für jeden deutschen Landsmann oder Landfrau, die eben auch noch Deutsche sein wollen, hier endlich eine Räumlichkeit zu bieten, wo sie sich darin wiederfinden können. Richtig. In Siegen ein Ereignis. Kurz nach dem Beginn... Es ist wirklich... Es ist unfassbar, dass es Menschen gibt, die auf so etwas hier hineinfallen. So... Ich bin mir... Ich weiß nicht, wie viele Mitglieder hat die Partei? 500? 600? Muss ich gerade mal gucken. Dritter Weg. Mitglieder. 580. 580 Mitglieder. Tja. Ist jetzt nicht besonders riesig, ne? In der Vorbereitungen kommen auch politische Gegner des dritten Weges, die Bilder machen. Das rechte Treiben dokumentieren. Innen eine letzte Besprechung, bevor die geladenen Gäste zur Neueröffnung kommen. Die Demos in Siegen laufen so ab, dass da sechs Mann stehen und die in Dunst ins Mikrofon blubbern und auf der Gegendemo stehen 200 Studenten, die einfach nur, ist das klausurrelevant brüllen und du verstehst kein Wort mehr, was die Vollidioten da blubbern. Das ist übrigens bei Veranstaltungen vom dritten Weg sind wirklich Gegendemonstrationen immer angebracht, weil da reicht dann auch schon so ein Erstsemesterkurs, um da zahlentechnisch komplett überlegen zu sein. Auch bei den Fackelmärschen, wenn die da rummarschieren mit acht Leuten, das ist halt eine Lächerlichkeit nicht zu übertreffen. Und wie toll sie sich auch finden mit ihrem grünen Kack. Ich finde übrigens meinen Grün deutlich nicer als das Grün vom dritten Weg, aber ist nur eine persönliche... Für Julian Bender und Matthias Fischer ist das Büro ein Meilenstein. Ich finde die Deutschen kaum noch, die verstecken sich richtig in ihren Wohnungen und ich weiß halt durch Bekannteheit, dass da durchaus welche sind, Deutsche noch sind, die auch unsere Hilfe benötigen. Und... Sicherlich ist es wahrscheinlich vom Gefahrengemenge ein bisschen anders. Das ist ganz klar. Wir haben in Westdeutschland eine erheblich höhere Überfremdung, als wir sie momentan in Mitteldeutschland beobachten können, unterleben können. Aber nichtsdestotrotz ist in Mitteldeutschland die Überfremdung in Anführungsstrichen am allerhöchsten, du dummer Trottel. Was du meinst ist nicht Mitteldeutschland, sondern Ostdeutschland, wo die Zahlen bei unter zwei Prozent sind. In Mitteldeutschland hast du eine sehr hohe Überfremdung. Oder wann hast du das letzte Mal geguckt, was so in Frankfurt passiert? Also da kannst du wirklich... Das sind solche Leute, denen kannst du rhetorisch einfach am laufenden Band Kopfnüsse geben und die haben da noch nicht mal was zu entgegnen. Ich glaube, er geht noch von den alten Grenzen aus, deswegen Mittel... Ja, das macht natürlich Sinn, ne? Wenn du Preußen, wenn du das alte Preußen als Ostdeutschland bezeichnest, dann wäre das... Ja, aber Skandinavien musst du dann auch noch mit dazunehmen. Nichtsdestotrotz ist es ein Stück deutsche Erde und wir als Nationalisten sehen da drin keinen Grund, hier nur einen Millimeter aufzugeben. Und das bedroht natürlich uns... Damit meint er übrigens ein Büro anzumieten, ne? Also die Eroberung von Lebensraum in den Augen vom dritten Weg ist es ein Büro zu mieten. Das ist schon wirklich sehr, sehr kämpferisch. Ne? Deutsche Erde per Mietvertrag zurückerobert. Du bist wirklich... Ihr seid wirklich die Helden, die Deutschland braucht. No, wir haben jetzt hier 20 Quadratmeter gemietet im schönen Thüringen und ich muss schon sagen, wir geben hier keinen Zentimeter mehr auf. Wir geben hier keinen Zentimeter auf, nur klar. Ja, auf eine biologische Art und Weise, dass wir auch von einem Volkstod sprechen können, dass der Deutsche immer weniger Nachwuchs ranbringt, aber bei gleichzeitig dieser enormen Masseneinwanderung schon eher zu einem sterbenden Volk verkommt. In Siegen die gleiche Strategie wie in Sachsen. Säckeweise Kleidung zum Verschenken. Natürlich nur für bedürftige Deutsche. Dazu gibt es eine Tiertafel. Gratis Hundefutter für Bedürftige. Finanziert wird die Aktivität des dritten Weges von privaten Spendern. Neben den Mitgliedsbeiträgen die wichtigste Einnahmequelle. Ihre Rolle definieren sie traditionell, wie Michaela. Ihren Nachnamen verrät sie nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da mit meinen belgischen Schäferhunden auch eine Chance hätte. Da müsste man mal nachfragen, ob ich da meine belgischen Schäferhunde auch... Wobei, bevor ich... Also wirklich, das Futter ist eigentlich... Eigentlich sollte die Art von Futter verboten sein, aber das ist ein ganz anderes Thema. Hier in Siegen hat sie noch einiges vor. Eventuell werden wir auch ein wenig Handwerkliches oder Handarbeiten machen. Viele junge Frauen heutzutage, die können das nicht mehr. Die haben dieses Wissen, diese Fähigkeiten schon verloren. Und das ist natürlich sehr schade. Das gehört natürlich auch... Tamar hat zum Beispiel keine Probleme beim dritten Weg Hundefüller zu besorgen. Der macht das regelmäßig. Der hat sogar einen altdeutschen, einen altdeutschen Hund. Altdeutschen Mops hat der, da hat er keine Probleme. Da geht er hin und sagt, ja, schön gehen doch hier, ich hab mal deutsche Möpsen. Dann kriegt er schon die Säcke, säckeweise laden die ihn dann in seine Kiste. Irgendwie dazu, dass man sich auch handwerklich oder ja, natürlich auch in der Hauswirtschaft, ja, dass man da Fähigkeiten erlernt. Und das möchte ich persönlich auch gerne wieder erreichen, dass die jungen Frauen von heute wieder, zum Beispiel nähen lernen. Ich möchte auch erreichen, dass wir wieder in klassische Geschlechterrollen zurückfallen. Der Mann hat Polen zu erobern, während die Frau die Wäsche wascht. Wir sind ja jetzt schon dabei, dass wir das am Tag so gestalten. Ich fange im kleinen Rahmen an, bevor wir das dann politisch, ideologisch ausbreiten können. Ich bin jeden Morgen, stehe ich mit meiner K98k Wache am Zaun zur Grenze, also zur Grundstücksgrenze. Und Isa ist am Waschen. Isa macht die Wäsche und nächste Woche lernen wir Munition zu bauen. Da kann Isa dann auch, falls wir in die Kriegswirtschaft fallen, falls ich mich entscheide, das Grundstück zu erweitern, Lebensraum zu erweitern und anzugreifen, muss Isa lernen, wie man Munition herstellt. Na klar. Ich werde hier vielleicht einen Nähkreis machen. Richtig. Dann wird es offiziell. Zahlreiche Rechtsextremisten sind gekommen. Ein Beleg für die Warnung des Verfassungsschutzes. Die Behörde zählt die 2013 gegründete Partei zu den expandierenden rechtsextremen Gruppen. Inzwischen soll sie knapp 600 Mitglieder haben. Ja, da ist es doch. Bürger- und Parteibüro siegen. Vom zum wir-ich. Kaiserslautern. Der dritte Weg mobilisiert zu einer öffentlichen Kundgebung. Treibende Kraft ist wieder der 28-Jährige Julian Bender, der sich an diesem Tag auch um Aufbau und Organisation kümmert. Sympathische Männertitten hat der Mann da. Hier in Rheinland-Pfalz hat seine Partei einen festen Mitgliederstamm. Mama, Mama, hast du mein Nazi-T-Shirt gewaschen? Mama, ich habe nur noch Größe M-Nazi-T-Shirts hier. Hast du mein XL-Nazi-T-Shirt gewaschen? Och, Malu, ich muss zur Kundgebung. Darunter Skinheads, Hooligans. Bisschen zu viel kostenlose Kartoffelsuppe geschlabbert. Aber auch unabhängige Bürgerinnen und Bürger, darunter viele Frauen. Und auch der Vorsitzende des dritten Weges, Klaus Armstroff, lebt hier. Ist schon sehr witzig, wenn man sich überlegt, dass da eigentlich eine Bande von Arbeitssuchenden T-Shirts trägt, wo draufsteht, Arbeiter, Arbeitergemeinschaft. Wenn du Arbeiter wärst, dann hättest du keine Zeit, morgens um 11 Uhr zu solchen dritten Wegkundgebungen zu marschieren. Jahrelang war er Mitglied der NPD, bis ihm selbst die Nationaldemokraten zu zahm wurden. Jetzt setzt er auf seine eigene revolutionäre Bewegung. Für viele in der Region ist die Aktivität des dritten Weges eine politische Kampfansage. In der Nacht zum 2. Juni setzen Extremisten von links das Auto Armstroffs in Brand. Es ist eine von vielen Attacken zwischen militanten Antifaschisten und gewaltbereiten Neonazis. Woran liegt eigentlich der Ursprung, dass rechtes Gedankengut vor allem im Osten so viel Anklang findet? Naja, Xenophobie heißt das, glaube ich. Angst vor Unbekanntem. Die Angst vor Unbekanntem benötigt den Faktor Unbekannt. Deutlich weniger Menschen in Gebieten, wo Ausländer leben und mehr oder minder integriert sind. Da merkt man halt, okay, die sind gar nicht so kacke. Wohingegen du bei einem Anteil von 1,6% Ausländern dann schon so ein bisschen No, das will ich hier nicht haben. Zumal ja auch nicht nur viele Rechte im Ostdeutschland sind, sondern auch super viele Linke. In der DDR gab es auch viele Ausländer. An diesem Tag präsentiert Julian Bender seine Partei als Opfer. Der Brandanschlag, auch eine willkommene Gelegenheit, um gegen die politischen Gegner zu agitieren. Liebe Landsleute, die Partei Der Dritte Weg ist heute hier nach Kaiserslaut angekommen unter dem Thema Antifa-Terror. Unter dem Thema ist jetzt keine deutsche Formulierung, aber ich als Behüter deutschen Kulturgutes, wozu auch die Sprache gehört, bin da Gegner von. Entgegentreten, die Linkspartei. Guck mal, da sitzen die einfach und da denkst du dir so, können die mal die Fresse halten, Bruder? Ich will hier meinen Filterkaffee trinken und meine Zigarette rauchen und jetzt schreien mich wieder diese Nazis an. Oder die Grünen. Alle sind, sind sie Verräterpartei. Und sie bieten diesen anti-deutschen Gesinde Linksextremisten einen Nährboden für ihre Arbeit. Wir wollen keinen Nährboden, sondern wir wollen wollen... Ja, was für Idioten, Alter. Inhaltsleeres Gebrubbel, ey. Denn es wird ihnen auch in der Bundesrepublik sehr attraktiv gestaltet, volkstreue Deutsche anzugreifen, ihr Eigentum zu beschädigen. Oh, die schöne dritte Weg-Regenjacke. Ich wollte die eigentlich beim letzten Job kaufen, aber ich bin nicht drangekommen und im Resale ist mir das zu teuer. Aber das ist wirklich auch, gerade weil es hier auch ein bisschen öfter mal nieselt, wäre das eine feinige Sache, so ein Windbreaker vom dritten Weg. Aha, schade. Wir sind nicht fern. Denn wann immer der dritte Weg auftritt, gibt es Proteste. An diesem Tag in Kaiserslautern ein buntes Bündnis aus Linksextremisten, aber auch besorgten Bürgern. Der dritte Weg polarisiert und provoziert. Nur wenige Gruppen präsentieren so offen ihre völkische Gesinnung. Ja, liebe Landfleute, heute rufen wir in den Straßen von Kaiserslautern für Vaterland! Wir haben eine Gegenfrage von der kleinen Rebecca. Ja, hallo, lieber Nazi. Ich wollte dich fragen, was ist denn überhaupt deutscher Sozialismus? Also, inwiefern ist denn deutscher Sozialismus anders von normalem Sozialismus, wie er ja schon in Deutschland herrscht? Kannst du mir das erklären? Das sind einfache Fragen, auf die keine Antworten gefunden werden können. Ich weiß nicht, hat der Sozialismus auch einen deutschen Pass oder hat der auch deutsche Eltern? Was macht denn den deutschen Sozialismus zu deutschem Sozialismus? Ich weiß es, ich kann es mir nicht, müssen wir mal anrufen, oder? Müssen wir eigentlich mal beim dritten Weg in Siegen anrufen, mal fragen, was das eigentlich ist. Wir sind ja vom ZDA mit Presseschein ausgerüstet, ne? Es sind oft dieselben Gesichter. Auch Michaela vom Siegener Stützpunkt ist gekommen. Diesmal als Rednerin. In der heutigen individualisierten Konsum- und Spaßgesellschaft vergisst der Mensch zunehmend seine Wurzeln. Richtig. Der Satz war jetzt eher inhaltlich nicht so, nicht so brillant. Da war jetzt, es war eher so ein Reinfall, ne? Dritten Weg ein... Grammatikalisch auch. ...gandistischer Erfolg. Selten marschieren Neonazis in westdeutschen Täten offen auf. Erobern öffentlichen Raum. Verboten ist das nicht, auch wenn Aufmärsche der neuen Nationalsozialisten für viele kaum hinnehmbar erscheinen. Sie haben Bewegungsspielraum und das ist das, was man auch akzeptieren muss. Auch rechtsextremistische Parteien und auch wenn sie wie der dritte Weg ist, so stark nationalsozialistisch sind, sind, solange sie nicht verboten werden, haben sie die Möglichkeit, eine Versammlung durchzuführen. Sie haben auch die Möglichkeit, Symbole zu zeigen, sofern sie nicht verboten sind. Sie haben die Möglichkeit, ihre Meinung, auch wenn sie noch so demokratiefeindlich ist, zu sagen, und erst wenn die Grenzen des Grafrechts überschritten sind, können die Behörden einwirken. Die Uckermark. Die Seenlandschaft Brandenburgs. Der heutige Stream wird übrigens vom Dritten Weg gesponsert. Grüße gehen raus. Ich glaube nicht, dass das hier eine super gute Werbung ist für den Dritten Weg. Ich könnte mir vorstellen, dass es, wenn man sich das hier anguckt und sich danach dann denkt, ja Mensch, ich möchte eigentlich auch mal als Höhensinn bezeichnet werden von so einem dicken Mann aus dem Internet. Dann ist den Leuten auch nicht mehr zu helfen, weißt du. Einige Wochen später. Es ist einer von vielen Plätzen in ganz Deutschland, wo sich Mitglieder des Dritten Weges zusammenfinden, um Kampfsport zu trainieren. Wir sind eingeladen. Treffpunkt ist ein Spiel- und Trainingsplatz. Los! Wieder mit dabei der stellvertretende Parteivorsitzende Matthias Fischer. Er überwacht das Konditions- und Kampftraining. Na klar. Die Arbeitsgruppe innerhalb des Dritten Weges nennt sich Körper und Geist. Wir haben in regelmäßigen Abständen solche Zusammenkünfte. Heute sind wir im Freien aktiv, weil es das Wetter halt hergibt. Und heute wird leichtes Bein gemacht in Boxen und K1 und ein bisschen Kraftzirkel da noch. Schön, dass K1 eine Liga ist und keine Sportart, aber das muss ja auch niemand wissen. Also K1 ist ein Kickboxing-Verband und jetzt nicht wirklich eine Sportart, die man betreiben kann. Aber schön, dass er sich wenigstens so gut auskennt damit. Na, wir machen heute ein bisschen Kampfsporttraining in K1 und auch im WWF. Heute Nachmittag machen wir noch ein bisschen ÖFC und danach noch TNA hinterher. Mal gucken, ob das funktioniert. Krafttraining machen für die Leute, für Anfänger, die heute auch dabei sind. Ausländer stimmen. Das wird dann immer so ein bisschen variiert. Und ja, das wird dann hier ungefähr so... Aber wir machen auch ganz andere Sachen am Wochenende. Das müssen nicht alles nur mit dem Kampfsport zu tun haben. Zum Beispiel fahren wir auch regelmäßig am Freitag auch MotoGP. Und da machen wir auch völkische Gemeinsamkeiten. Da spielen wir dann erste Bündesliga am Wochenende. Zwei Stunden mit dem Training dauern. Links. Kopf zum Knie. Mitte. Rechts. Kopf zum Knie. Weiter. Das ist für uns als Partei wichtig, dass unsere Mitglieder gesund aufwachsen, damit sie im privaten, aber auch im politischen Dasein eben funktionieren. Und natürlich ist auch noch eine Begründung, dass wir in Großstädten gerade das Problem haben, dass es viele sozialschwache Deutsche gibt, die sich das gar nicht leisten könnten, in ein Fitnessstudio zum Beispiel zu gehen oder eine Kampfsportschule ihre Kinder zu schicken. Und wir bieten das eben kostenlos an, weil wir es können und deswegen machen wir es. Super. Maximale Spannung. Dann langsam nach hinten. Also ich würde meine Kinder, bevor ich sie nirgends hinschicke, auch zu den Nazis zum Kampfsport machen schicken. Was an diesem Nachmittag zählt, ist Härte, Ausdauer, Kampf. Diese Attribute werden in der rechtsextremen Szene großgeschrieben. Der dritte Weg möchte auch Kampfgemeinschaft sein. Knick-Joghurt-Tom-Container spendet 3 Euro und 33 Cent. Schön, dass die grünen Männchen bei Fußgängerverkehrsampeln mehr Menschen dazu bringen, sich zu bewegen, als die grünen Männchen in der Doku. Das stimmt, das stimmt. Nicht nur Partei. Für viele junge Männer der Region ist das attraktiv. Rechts, hoch, Ausflug an, Sparring. Ich bin eingetreten, weil ich was für meine Heimat tun will. Also ich bin sehr heimatverbunden und ich will eben da auch das Politische natürlich zeigen. Und entgegen diesen Zeitgeist, den ich eben als sehr zersetzend oder sehr schiedlich ansehe. Da eben auch Widerstand zu leisten und auch über eine politische Mitgliedschaft, Partei, da eben aktiv zu werden. Beim dritten Weg ist Kampfsport wichtig. Denn immer wieder kommt es auch zu handfesten Auseinandersetzungen mit dem politischen Gegner. Das erfordert regelmäßiges Training. Richtig. Das sieht jetzt nicht so aus, aber es ist ja völlig egal. Da mögen ja auch ein paar erfahrene Kampfsportler dabei gewesen sein. In den Jahren nehmen sie an den sogenannten Nibelungenkämpfen teil. So nennen sich Turniere in der rechten Szene, bei denen Aktivisten ihre Kräfte... Also, ja, ich sage ja, ich sage ja nicht. Seit 2013 werden die Sportveranstaltungen bundesweit konspirativ organisiert und locken hunderte Teilnehmer an. Matthias Fischer und seiner Partei dienen die Kampfsportangebote, auch der Rekrutierung neuer Mitglieder. Wir sind wie in einer strukturschwachen Region. Hier gibt es nicht viele Angebote. Und wer sich dann jetzt selber hilft in irgendeiner Form, der bleibt auf der Strecke. Und wir versuchen halt eben diese Lücken, die da entstanden sind, eben zu schließen mit unseren Möglichkeiten, mit unseren Netzwerken, die wir aufbauen, auch Leuten, mit denen wir dann immer wieder in Kontakt treten, die uns neue Möglichkeiten eröffnen. Und ja, es wird sehr gut angenommen und deswegen entwickelt sich es auch gut. Und so wird geschwitzt, geboxt und gepumpt. Neben Kampfsport bietet die Partei auch Tischtennis, Radfahren und Fußball an. Dazu kommen regelmäßige Wanderungen. Der Verfassungsschutz warnt vor einer langfristigen Strategie. Körper und Geist, das bedeutet, sie wollen sich körperlich stehlen, damit sie sich politisch durchsetzen können. Und dazu gehört eben nicht nur, dass sie sich als Kümmererpartei generieren oder mit Leuten helfen wollen, sondern dazu gehört auch Kampfsport in allererster Linie. Und zwar Kampfsport für die eigenen Mitglieder, aber auch für andere, auch zum Beispiel für Kinder. Und dieser Kampfsport wiederum dient darum, sich auch für den Straßenkampf, aber auch für den politischen Kampf zu widmen und damit Stärke und Macht zu generieren. Ich weiß jetzt nicht, ob man 600 Mitglieder als expandieren bezeichnen sollte. Also ich glaube nicht, dass eine so große Bedrohung ausgeht vom dritten Weg, aber... ...und nicht Tabus. Wie hier beim sogenannten Tag der Heimattreue, Anfang August, mitten in Olpe. Ganz offen präsentieren die Rechtsextremisten hier ihre Idee einer anderen Gesellschaftsordnung. Germanenkult, Rassismus und Volksgemeinschaftsdenken. Fürs Vaterland, fürs Volk, für die Heimat bereit. Wunderschön. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger der Stadt suchen das Gespräch mit den neuen Nationalsozialisten. Sind aber auch sympathische Menschen, ne? Versorgen sich mit Informationsmaterial. Wir haben hier so Flyer vorbereitet, die können Sie sich durchlesen. Hier zum Beispiel auf Seite 2 steht Ausländer sind scheiße. Das haben wir auf Seite 3 nochmal ein bisschen näher ausgeführt. Zum Beispiel steht hier auch, dass alle scheiße sind. Und das wird dann auch hier erklärt im Detail. Und Organisator ist wieder Julian Bender, der im Westen Deutschlands auch für die Propaganda zuständig ist. Fast jedes Wochenende ist er unterwegs. Ein Leben, wie es scheint, für seine Partei. Ja, liebe Landsleute, ein herzliches Willkommen an alle, die hier heute den Weg auf den Kurkölner Platz in Holpe gefunden haben, um gemeinsam mit uns den Tag der Heimattreue zu begehen, um gemeinsam mit uns hier ein Zeichen zu setzen, dass es auf Widerstand hier in Westdeutschland geht. Im tiefsten Westen gibt es auch noch Menschen, die dieses System, die sogenannte Bundesrepublik Deutschland, in ihrer Ausrichtung, mit ihren Zielen und mit ihren Dogmen eben nicht annehmen wollen. Die Reden, ein Grenzgang zwischen Patriotismus, Konservatismus, aber auch nationalsozialistischer Ideologie. Die Organisatoren wissen, was erlaubt ist, kennen die Grenzen zwischen freier Meinungsäußerung und Volksverhetzung. Und vieles, was hier gesagt wird, ist maximale Provokation gegen das demokratische Deutschland. Es ist einfach der erste sichtbare Gegenpol, dass wir ein Angebot schaffen, ein öffentliches Angebot zu dieser BAD-Gesellschaft, zu den Festen, wo diese Werte, wenn man sie so nennen möchte, der BAD eben gepredigt werden, setzen wir natürlich einen Gegenpol als volkstreue Veranstaltung, wo sich eben die komplette deutsche Familie drin wiederfinden kann. Richtig. Und während rechtspopulistische Parteien wie die AfD lediglich... Das ist wirklich die Elite Deutschlands, die da steht. Also da muss ich wirklich sagen, das ist die Zukunft Deutschlands, die da steht. ...die Einwanderung begrenzen möchten, klingen die Forderungen von Julian Bender und seinen Gesinnungsfreunden total. Sie kämpfen für einen anderen Staat. Wir sind der Meinung, dass sich, ja, nicht nur alleine durch das Justieren von ein paar Schrauben, was in diesem System was ändern wird, sondern es muss definitiv eine Neuordnung her. Richtig. In Olpe gibt es Gegenwehr. Eine Demonstration formiert sich. Es ist ein breites Bündnis gegen den Dritten Weg, darunter Vertreter politischer Parteien, der Gewerkschaften und antifaschistischer Gruppen. Die Botschaft ist eindeutig. Kein Raum für rechtsextreme... Ehrenmann, guck dir das an, guck dir diese Ehrenmänner an. Die sind, das sind wirklich so herzensgute Menschen, die sehen so, na, die scheiß Nazis marschieren wieder bei uns in der Stadt. Da müssen wir jetzt auf die Straße gehen. Renate, komm, wir gehen jetzt demonstrieren gegen die scheiß Nazis. Misten in der Stadt. Diese Partei, wenn sie das Parteiprogramm durchlesen, werden sie nur noch Nazi-Parolen finden. Ausländer aus, Klimawandel wird bestritten und und und. Ja, für mich ist das als Gewerkschafter unerträglich, dass diese Leute aufmarschieren können. Und dass sich so viele Leute wehren dagegen, das ist natürlich gut. Das finde ich eine wichtige Sache gegen den dritten Weg. Mitten in der Pandemie, naja, wie du gesehen hast, halten die Mindestabstand und tragen alle Mund- und Nasenschutz. Also, da fällt es mir jetzt schwer, das zu kritisieren, um ehrlich zu sein. Das ist ganz klar eine rechte Partei. Da finde ich, muss man klar Kante zeigen. Und das tun an diesem Tag hunderte Olpener. Lauter Protest gegen ihre Auftritte. Auch das gehört zum Alltag des dritten Weges. Und hier ist ein Mann aktiv, der aus der linken Szene kommt. Doch das ist lange her. Max Damage, einst ein sozialistischer Liedermacher, auf einer CD bejubelte er Lenin, ließ die linksterroristische Rote Armee Fraktion hochleben. Inzwischen hat er die Seiten gewechselt und gehört zu den bekanntesten Musikern der rechtsextremen Szene. Er hat gehört, dass Chris Ares aufgehört hat. Als Chris Ares gesagt hat, Mama, Mama, die haben mich bei Spotify jetzt auch schon wieder runtergenommen. Nur weil ich ein Pole bin. Wahrscheinlich, weil ich ein Pole bin. Ich heiße doch Chris Ares, ich bin doch Deutsch auch. Und dann hat er halt gesehen, okay, da ist eine Marktlücke. RAF-Rap hat sich nicht so wirklich monetarisieren lassen. Und jetzt rappt er halt seinen Scheiß bei den Nazis. Ist doch schön. Ist doch in Ordnung. Sein Stilmittel? Hip-Hop. Auch wenn das eigentlich sogar... Die beiden sind auch nur hier, um den freshesten Drop von Max Damage zu hören. Und wenn ich diese Socken- und Sneaker-Kombination sehe, dann hoffe... Also wirklich, das kannst du doch nicht. Also wirklich. Nicht deutsche Kultur verkörpert. Rap für den Metzgermeister, dessen Schweinebraten steht in Schulen und Kindergärten, nicht mehr auf dem Speiseplan. Zu viele Araber, zu viele Türken sind es. Deutsche Kinder kriegen nur noch Lamm, wie im Dönerimbis. Weil es beim Dönerimbis ja auch so viel Lamm gibt, Bruder. Die Lehrer in Kreuzberg und Neukölln, Frankfurt und Hamburg, den sie alle zeugen. Ihr denkt, dass Lamm ein Schmaus ist. Aber ich sehe das ein bisschen anders. Für mich ist das kein Schmaus. Ausländer raus. Also falls ihr mich buchen wollt für eure Veranstaltung. Ich bin immer... Ich bin immer am Start. Ich bin immer am Start, euch freshe nationale Rhymes auf den Knaller zu legen. Wirklich. Von Überfremdung, deutschen Hass, machtloser Polizei, korrumpierte Bürgermeister, die machen, dass es so bleibt. Mit seinen fremdenfeindlichen Texten ist Max Damage fast ein Star in der Szene. Sein Merchandise... Hast du für mich auch so ein T-Shirt von Max Damage? Ich höre so immer gerne, wenn ich zu Hause bin. ...real verschenkt er. Dankeschön. Seine Texte diffamieren Minderheiten. Aus dem Wäschekopf von der Mutti wird doch eine Merch vertrieben, ne? Wunderschön. Das ist Rap für die alten Deutschen, die sich zu Tode ackerten. Für die Frau, für die Kinder, für ein kleines Häuschen, deren Frauen sie dann verlassen haben. Und jetzt mit illegalen Afrikanern halbschwarze Blagen haben Rap. Für die deutschen Jungs, die nicht mal mehr Jungs sein dürfen, nicht mehr bumsen, nicht mehr pügen. Die Hunde sind endlich voll. Officer. Die Hunde pülen. Dankeschön. 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 Vielen Dank für die... Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich habe jetzt noch einen zweiten Song vorbereitet. Das ist ein alter Track von mir und 16 auch gegen die Juden. Wenn ihr ein T-Shirt wollt, da hinten... Ich habe jetzt noch einen T-Shirt gemacht.